Einen wunderschönen guten Tag meine lieben Trashies, herzlich willkommen zurück zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Ich bin Danny und ich freue mich, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu den neuesten Trash News. Heute wird es richtig interessant, denn Kim Virginia macht weiter. Zwar hat sie eine große Sabbelpause angekündigt auf Instagram, aber gegenüber der BILD-Zeitung hat sie neue Behauptungen zu Mike Heiter aufgestellt, welche in einem BILD-Plus-Artikel natürlich exklusiv zu sehen sind. Tanja hat den Artikel nicht geschrieben, aber John, den kennen wir ja auch, ist ja Tanja 2 inzwischen. Das macht aber nichts. Ich habe für euch einen Vergleichsartikel gefunden, der diese heftigen Unterstellungen auch aufnimmt. Und wir schauen uns mal an, wo Kim Virginia sich aktuell befindet, denn die Sabbelpause hat ja einen Grund. Sie scheint hier wohl mutmaßlich, so die Kollegen von der OK bei Dreharbeiten eines TV-Formates zu sein. All das heute in diesem Video. Wenn ihr sagt jetzt, Mensch, Danny, vielen herzlichen Dank für deine Trashic News, dann lade ich alle neuen Zuschauer ein, euch herzlich dieser mittelgroßen, wundervollen Trash-Community anzuschließen. Wir sind eine ganz, ganz tolle Familie und haben hier schon so einige Skandale zusammen erlebt und überlebt, meine Lieben. Gut, fangen wir zuerst einmal damit an. Wo ist Kim Virginia überhaupt? Einige wundern sich ja, warum die Dame aktuell im Instagram so ruhig ist und der Schamane den Account übernommen hat. Hier haben die Kollegen von der OK-Zeitung etwas vermutlich herausgefunden. Und zwar, wir gehen mal in die Großansicht. Hier haben wir den kurzen Abschnitt, Zitat, Kim Virginia bei Dreharbeiten für Beauty and the Nerd? Fragezeichen Lüge. Fragezeichen Lüge, haben wir gelernt. Auf Instagram veröffentlichte Kim Virginia eine 15-minütige Statement, in welchem sie sich erneut zu ihrer Zeit im Dschungelcamp äußerte. Am Ende gibt sie bekannt, dass sie erstmal eine Pause einlegen und sich aus den sozialen Netzwerken zurückziehen wird. Zitat Ende. Über dieses ausführliche, große, wirklich, wirklich, wirklich lange Statement habe ich hier mit euch gesprochen. Möchte Kim Virginia wirklich nur ein wenig zur Ruhe kommen oder steckt mehr dahinter? Eine Instagram-Seite vermutet jedenfalls, dass die Dschungelcamp-Kandidaten wegen Dreharbeiten für Beauty and the Nerd nicht am Handy sein kann. Denn Reality-TV-Sternchen und Finalisten von Promi-Büßen Christine Okpara habe sich gerade erst ebenfalls vorerst von Social Media verabschiedet, sind Kim und Christine also in der 5. Staffel von Beauty and the Nerd zu sehen. Wir sind gespannt. Und was ich euch jetzt schon verraten kann, wo wir Kim Virginia definitiv sehen werden, wenn das nicht alles rausgeschnitten ist, ist sie bei prominent getrennt, wo sie wohl mit dabei sein wird. Aber nun gut, das ist das eine. Jetzt schauen wir uns das andere an und zwar diesen Artikel der Bild. Kim zeichnete heimlich pikantes Mike-Gespräch auf. Ihr seht schon, das ist ein Bild-Plus-Artikel, das heißt, ich darf euch nur dieses hier zeigen, mehr nicht, sonst kommt der fiese Abbahnanwalt, macht aber nichts. Wir haben noch diese Schlagzeile hier gefunden und können auch diese Schlagzeile nehmen, denn die berichtet auch über das, was die Bild erzählt hat und das gratis. Ich liebe diese Arbeit hier. Also, pikante Details am Telefon. Deswegen drohte Mike Heiter Kim Virginia mit dem Anwalt. Eine explosive Mischung der Stress zwischen Mike Heiter und Kim Virginia hört auch nach dem Dschungel nicht auf. Nun verrät Kim den Grund, weshalb Mike ihr mit rechtlichen Schritten droht. Zitat Ende. Also, hier muss man nochmals einiges erklären. Also, es ist wohl so, dass Kim Virginia ein Telefonat mit Mike aufgezeichnet hat, um ihn denn dann, ja, weiß ich nicht, unter Druck zu setzen. Es muss ja einen Grund haben, warum Menschen Telefonate aufzeichnen, was im Übrigen nicht erlaubt ist, wenn man das nicht weiß. Also, Kim hat sich, nach meiner Einschätzung, auch wenn ich kein Jurist bin, damit schon strafbar gemacht, dass sie ein Telefonat aufgezeichnet hat, ohne die Einwilligung von Mike Heiter. Das ist verboten. Und auch nicht im Übrigen besonders clever, dieses denn öffentlich einer Bild-Zeitung zu erzählen, die das natürlich denn dann als Medienskandal ausarbeitet. So ist das halt. Okay, ich würde sagen, wir machen mal weiter. Es hatte so schön begonnen, die Anfangsphase von Kim und Mike durften tausende Zuschauer in der Reality-Show Are You The One VIP mitverfolgen. Was zuerst wie das perfekte Match aussah, verwandelte sich jedoch schneller in ein No-Match, als man schauen konnte. Und das lag nicht nur am Ergebnis der Are You The One Matchbox. Kim Virginia und Mike Heiter Stress hört auch nach dem Dschungelcamp nicht auf. Dass dann ausgerechnet die beiden miteinander im RTL-Dschungelcamp landeten, war für die Zuschauer und die TV-Produktion zwar ein Unterhaltungsgewinn. Naja, Zitat Ende, das bezweifle ich. Für Mike Heiter allerdings mit sich halt ein wahrgewordener Albtraum. Ich gehe mal jetzt auf die Stelle, die entscheidend ist, nämlich auf diese Stelle hier. Das müssen wir jetzt mal so ein bisschen überspringen. Mike Heiter und Kim, heimliche Telefonaufzeichnung ist der wahre Grund für das Anwaltsschreiben. Zitat Ende. Also hier geht es dann wohl wirklich darum, dass Kim Virginia einen Anruf aufgezeichnet hat. Und wenn man so weit geht, boah, dann spricht das nicht gerade für einen guten Charakter aus meiner persönlichen Sicht. Bisher dachten allerdings alle, die Post vom Anwalt sei bei Kim nur eingegangen, weil sie behauptete, Mike hätte in der Nacht nach der Dschungel-Aftershow-Party bei ihr geklopft, um mit ihr Schwubidup zu haben. Das scheint allerdings nur teilweise zu stimmen. Denn wie Kim nun gegenüber ein Bild offenbarte, gehe es außerdem um die heimliche Aufzeichnung eines Telefonats zwischen Mike und Kim. Ich wusste damals schon, dass mir niemand glauben würde, was hier mit Mike passiert, sagt sie im Interview. Das war der Hauptgrund, warum ich so aufgelöst im Camp war. In dieser Zeit lief so vieles schief und ich war ein bisschen traumatisiert, weil ich nie öffentlich darüber gesprochen habe. Aber Zitat Ende. Okay, also Kim Virginia behauptet, sie war durch den ganzen Konflikt mit Mike so traumatisiert, aus diesem Grund hätte sie ein Telefonat aufgezeichnet, damit man ihr glaubt. Und das ist die Erklärung, warum sie so im Dschungel war, wie sie war? Sie war so unangenehm im Dschungel, weil sie selbst ein Telefonat aufgezeichnet hat? Hä? Das macht so gar keinen Sinn. Gucken wir mal, wie es hier weitergeht. Okay. Sie beteuerte allerdings auch, dass sie die Aufnahme nie ohne Mike Zustimmung veröffentlicht hätte und sagte weiter, jeder rieb mir ab, etwas gegen ihn zu sagen, weil ich verlieren würde. Die Produktion stand auch auf seiner Seite, weil er im Fernsehen immer gut rüberkommt. Neben den aufgezeichneten Telefonat sollte es außerdem noch Sprachnachrichten geben, in denen Mike Kim drohe, ihre Wohnung und ihre Sachen zu zerstören. Zitat Ende. Also das sind die neuen Geschütze, die Kim Virginia nun ausfährt, um gegen Mike Heiter durch Stimmung zu machen. Ich selber finde es alles sehr dubios, hier von einem aufgezeichneten Telefonat zu sprechen, welches natürlich nicht veröffentlicht werden darf, aber damit so indirekt ein Druckmittel zu erzeugen, wo man sich gar nicht zu äußern kann, das ist alles sehr, sehr, sehr schwierig. Und einige Zuschauer haben auch in Frage gestellt, warum geht sie denn dann überhaupt ins Dschungelcamp mit Mike Heiter, wenn das alles so schlimm war? Wir erinnern uns, dass Kim Virginia ja von vornherein vorhatte, mit Mike intimer zu werden, mit ihm ein bisschen Spaß zu haben. Sie hat ja sogar Kondome mit ins Camp genommen, um mit Mike zu schlafen. Und warum sollte sie das alles tun, wenn im Vorfeld Mike so ein böser, böser Mensch war, sie ihr gedroht hätte, die Einrichtungen zu zerstören und man dann genötigt wird, ein Telefonat aufzuzeichnen? Also wo macht das denn Sinn? Und da muss ich auch wirklich in meiner Berichterstattung einfach auch das mal hinterfragen. Also es kann ja nicht sein, dass Kim Virginia hier, seit das Dschungelcamp vorbei ist, extrem schlecht über Mike spricht. Sie hat letztens von Belästigung gesprochen, sie hat von Gewalt gesprochen, sie hat das ja wirklich extrem groß aufbereitet. Jetzt kommt hier dieser ganze Telefonskandal, sie hätte das aufgezeichnet, er hätte gedroht, ihre Einrichtungen zu zerstören. Also sie fährt ja immer weitere Geschütze auf, aber sie wollte mit Mike im Camp schlafen. Also wo ist denn, wo macht das denn Sinn? Wenn mir jemand droht, wenn mich jemand angreift, dann nehme ich doch nicht Kondome mit ins Camp, um eventuell doch mit ihm nochmal zu schlafen und um auch mit ihm nochmal in eine Partnerschaft zu gehen. Das macht für mich vorne und hinten einfach gar keinen Sinn. Das muss ich einfach genau so sagen. Ich verstehe wirklich nicht, was Kim Virginia, naja, was heißt, ich verstehe schon, was sie damit bezwecken will. Sie will hier wirklich Mike öffentlich richtig fertig machen. Aber ich hoffe einfach nur, dass die Zuschauer auch das berücksichtigen, was sie zu Beginn des Dschungels gesagt hat. Nämlich da hat sie gesagt, dass sie Mike gerne nochmal Spaß haben möchte und mit ihm doch nochmal intensiver sich kennenlernen möchte, um mit ihm zusammenzukommen. Und das alles mit dieser Vorgeschichte, um denn dann zu sagen, als es sich geklappt hat, dass diese Vorgeschichte so schlimm war, dass sie traumatisiert war. Also für mich persönlich ist das alles wirklich ein bisschen sehr, sehr merkwürdig und ich glaube für den einen oder anderen Zuschauer auch. Schreibt mir gerne eure Meinung in die Kommentare, wie ihr zu dem Thema steht, ob ihr auch so ein bisschen verwundert seid oder aber ob ihr sagt, nee, nee, das kann schon so sein, meine Lieben. Das soll es erstmal gewesen sein, ein kurzes Kim. Und Mike Update, ich denke mal, das soll es auch erstmal gewesen sein, oder? Ich muss das auch erstmal alles verarbeiten. Wir sehen uns wieder um 14 Uhr. Macht es gut, tschüss.